Hallo zusammen! Ich möchte mit euch die Aufgabe B2 des Känguru-Wettbewerbs 2022 lösen. Auf transparentem Papier sind zwei Figuren gezeichnet. Und diese Figuren, die könnt ihr hier sehen. Es wird wie im Bild zweimal gefaltet. Und auch das Falten könnt ihr hier durch die Pfeile sehen. Und die Frage ist nun, wie sieht das gefaltete Papier aus? So wie in A, B, C, D oder E. Ja, wir wollen zunächst einmal so tun, als ob wir jetzt von oben nach unten falten. Wobei ihr später sehen werdet, dass die Reihenfolge egal ist. Also wir könnten auch zunächst von links nach rechts falten. Aber wir beginnen einmal, dass wir von oben nach unten falten. Und wenn dem so ist, dann klappt sich also dieses Dreieck nach unten. Dieses kleine Quadrat und dann auch die Schraffur von diesem Dreieck. Das heißt, das sieht dann genau so aus. Und dann als nächstes wollen wir jetzt noch die linke Seite auf die rechte Seite klappen. Und dann entsteht letztendlich genau diese Figur. Also es wird diese Diagonale auf dieser Diagonalen abgebildet und dieses Dreieck wird dann bei der Spiegelung auf dieses Dreieck abgebildet. Und wenn wir uns jetzt einmal das anschauen, was hier entstanden ist. Und es geht jetzt letztendlich nach zweimaligen Falten genau um dieses kleinere Quadrat. Weil aus dem großen Quadrat entsteht ja bei dem ersten Falten dieses Rechteck. Und wenn wir das zweite Mal falten, dann bleibt nur noch dieses kleine grün dargestellte Quadrat übrig. Und das sieht dann so aus. Und das wiederum stimmt mit der Lösung von B überein. Und deshalb ist B die richtige Lösung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einmal das Gleiche noch einmal probieren. Nur, dass ihr jetzt anfangt von links nach rechts zu klappen und dann von oben nach unten. Und ihr werdet sehen, es kommt dann das Gleiche heraus. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch auch einmal dieses Papier herstellen mit diesen beiden Zeichnungen. Und könnt dann einmal tatsächlich real falten. Und könnt dann auch schauen, was da passiert. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmister X.